ja das passt schon so kommt so haben wir jetzt erst mal ruhe ein bisschen erst mal ein bisschen ruhe ja da war ein strike damit ich ein bisschen erkunden kann ja weil ich würde doch schon gerne wissen was hier abgeht stimmt wenn wir den bauhof erobern upgraden dann können wir größere betonplatten bauen also 3x3 platten das finde ich sehr geil muss ich ganz ehrlich sagen weil da muss man nicht immer mit diesen 2x2 hier rum umochsen so außenposten habe ich schon ja doch kommt dann baue ich jetzt erst mal die dritte raffinabie so neue bauoptionen konstruktion bereit ja wir haben aber immer noch nicht leider den luftangriff schade schade den kriegen wir auch wohl erst in den letzten missionen ok alles klar mit den schönen ornithoptern so raffinerie strike du bist hier was versuchst du haha nix da freund der kommt da schon wieder okay lass das erst mal verteidigen so jetzt haben wir vier sammler mit drei sammler 344 sammler war es gerade noch den fünften da muss das erst mal passen mit der geldzufuhr hier ja sehr gut alles klar freunde dann richtig gut einfach nur die sounds und sehr schön so alles klar energie dann brauche ich gleich noch ein flugzeug so die energie ja die packe ich mal hier ja sehr gut ich trägt zwei energien damit er nicht rum nervt alter schwede zwei belagerungswaffen wieder so aber die machen gegen türme nicht ganz so viel schaden die belagerungswaffen wie ihr seht die machen mehr schaden gegen normale gebäude was das denn okay lustig soll ich eigentlich noch ein flugzeug ja 1024 komm zack so ach du kacke dieses mannequin ey was willst du was willst du hier junge hallo ja dann hilf mal keine ahnung fahr du mal rüber komm für den herzog der macht mein panzer hier kalt ne macht er nicht okay batsch ja alles klar okay dann panzerchen geh du mal bitte hier hin so dann kommt hier unten nämlich äh lieber hier lieber hier das x forschungszentrum kommt da hinten hier unten werde ich dann ja zwei türme reichen da zwei türmchen hinbauen und dann war es halt so da kommt mein flugzeug sehr schön konstruktion bereit jetzt habe ich auch erst mal genug sammler alles klar neue bau zur raketenpanzer sehr schön alles klar dann bau die da hin einfach so alles klar türmchen und währenddessen 600 800 ja nee komm schade nö dann lass es erst mal konstruktion bereit ich warte immer gerne bis ich ein bisschen mehr cola für die bestellung damit die sich auch lohnen für den herzog so machen wir uns mal weiter auf erkundungstour so alles klar jan freunde dann baue ich jetzt noch die werkstatt noch was glaube ich sogar schon mit der basis hier ja es dauert alles ein bisschen länger da müsst ihr euch mit arrangieren so ja ja das passt schon so zack drei einheiten einfach mal hier unten ist die basis wieder für den herzog dann lass das mal lieber dann baue ich hier noch die werkstatt hin und x ford sind habe ich habe ich habe ich habe ich den rest habe ich ja mhm jetzt kriege ich verstärkung jetzt ok was für verstärkung manik ah nee panzer geil ok oh oh schön oh 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 wie viele einheiten geil dankeschön das sind doch mal nützliche verstärkungen oh lass sie mal in ruhe bitte aha der wurm moment der wohnen den kann ich hier hinlocken komm hier hin der ist einfach so abgehauen ok und dann so So, was haben wir jetzt hier? Den Bauhof, alles klar, ja. So, buf, weg damit. Äh, ansonsten kann ich hier unten, eigentlich theoretisch ja, weitere Waffenfabriken bauen, ne? Erstmal eine kleine und dann eine große. Lass den Panzer in Ruhe. Ach, du Penner. Ah ja, komm. Ach, eine Sache hab ich gar noch, äh, noch gar nicht gesagt, Freunde. Äh, wir können hier mit dem Reparatur-Icon, können wir hier zum Beispiel Einheiten reparieren lassen. Und dann holen die Flugzeuge die ab und bringen die in die Werkstatt. Das find ich ziemlich geil. Mach das mal. Zack. Guck mal. Richtig cool, ja. Die bringen die jetzt hier unten hin. So kann man auch Einheiten schneller, äh, über die Karte befördern, wenn man sich irgendwo einen Außenposten aufbaut und dann da eine Werkstatt hin tut und die Einheiten dann einfach reparieren lässt. Oh, das ist noch meine, okay, was. So kann man die Einheiten schneller voranbringen. Das hilft später bei den Spezialpanzern auf jeden Fall weiter. Ja, jedes Haus hat ja hier die Spezialpanzer, ne? Die Atteries haben, ich spoiler, nein, nein, ich spoiler euch mal noch nicht. So. Können wir jetzt nämlich auch die Panzer doppelt so schnell bauen, oder? Ach nee, die kleinen waren das, nur die kleinen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Bist du verrückt? Schieß doch nicht den Sammler an, ey. Wie blöd muss man sein? Oh, Mann. Ja, gut, komm, ist jetzt egal. So. Ja, danke. Die Einheiten werde ich mal hier sammeln. Bestätigt, Ende. Oh, 5000. Dann machen wir hier sechs Panzer, zack. 5000. Hab ich gehabt. Oh, oh, was? Ah, nichts da, nein. Sehr schön, okay, gut. Vielleicht werde ich die Türme doch nicht, doch nicht da vorne hinstellen, sondern, äh, hier in die Mitte. Damit die schön noch angreifen können, ja. Damit die nicht alles... Ah, der ist zu glückfertig, ey. Um Gottes... Hallo? Was soll das? Was willst du hier? Hallo? Ja, der macht nix, okay? Der fährt einfach rum. Dann... Dann lass den einfach mal machen. Wunzeichen, ja. Oh, hier kommt der jetzt mit. Jede Menge Geschiss an, ey. Ja, gut. Ich hab den Sammler angegriffen, ne. Jetzt kommt er mit Raketenpanzern hier. Alter, was? Ja, dann... Kommt mal her und mach den mal kaputt. Äh, Penner, ey. Mach den im Arsch. Zack. Weg damit. So. Hier unten brauche ich unbedingt auch ne... Für den Herzog. Ah, 102%. Ja, Energie, die... Energie... Ja, ja. Ist okay, aber die funktionieren trotzdem. Äh, später im Spiel gibt's noch bessere Türme, die werden dann nicht funktionieren. Wenn die Energie weggeht. Ist so wie in Kuvane Konka im Übrigen. Zumindest bei den Russen, ja. So. Da passen leider keine zwei mehr hin. Ist auch egal. Ich glaube, dann hab ich's auch jetzt gleich, ne, mit denen. Gehen die jetzt schneller? Ja, wegen der Energie kann man das jetzt nicht sehen. Blöd, ey. Ja, hier hat sich ja schon mal ne kleine Einheit zusammengesammelt. So, ja, da kommt, das passt schon so. So, Freunde, dann würde ich mal sagen... Scheiße, ich hab eine vergessen. Na gut. So, Freunde, ich würde mal sagen, ich mach mal ganz kurz nen Break an dieser Stelle und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. Ja, los zusammen, da bin ich wieder. Äh, ja. Kurze Pause. Gemacht. Ah ja, stimmt. Ich muss mich mal wieder ein bisschen reinfinden, aber... Genau, wir waren ja hier mit der Energie, ne. So, haben wir schon mal ein paar Einheiten hier. Ist schon mal ganz cool. Aber die reichen bei weitem nicht. Die reichen nicht, Freunde, die reichen nicht. So. So, dann baue ich halt parallel... Ja, nee, ist gut. Hey, was machst du denn? Penner. Mach den mal kaputt. Der qualmt doch schon. Hey. Ich fahr doch gleich erst Türme dahin, Mensch. So, dann jetzt am besten, ja. Und das war's. Sehr schön. Alles klar. Ja, natürlich. Na klar. Was? Okay. Ah! Oh Gott. Alter. Hör doch auf. Oh. Alter. Schwede. Wie viel halten die aus? So. Weg damit. Meine Güte. Boah. Kommt die echt hier eiskalt mit? Ja. Ah, nee, das war schon okay. Alles klar, dann. Puh. Da musste ich mir jetzt aber ganz schön erst mal bangen, ja. Nein, ich brauch noch ne Energie. Na super. Wo soll die jetzt noch hin? Ja, hier am besten. So. Alles klar. Ah, da sind neue Einheiten. Sehr schön. Alles klar. Da ist wieder irgendein Scheißwurm hier. Da ist schon wieder ein Scheißwurm. So, ich baue jetzt auch parallel dazu. Kampfpanzer, Raketenpanzer und Belagerungspanzer. Genau. Dann mach noch hier die zwei Türme hin. Und dann passt das. Dann muss das passen mal. Das ist langsam Schluss jetzt hier mit Verteidigung aufbauen. So, Freunde. Ja, wie gesagt, ich muss eine kleine Pause machen. So, 108, 105. Danach kann ich sogar noch eins bauen. Alles klar. Dann mach ich das doch, ja. Mhm, Raketenpanzer. So. Sehr schön. Konstruktion bereit. Ich würde eigentlich gerne die Basen sehen. So, bauen wir einen Trike, bitte. Und dann baue ich noch einen einzigen Turm hier irgendwo hin. Konstruktion bereit. Am besten hier hin, ja. Konstruktion bereit. Ja, da habe ich jetzt meinen Trike. Der ist ja hier. Gut. Ah, hier ist auf jeden Fall eine Basis. Ach, eine Riesenbasis, okay. Dann fahren wir hier hin einfach. So, Belagerungspanzer. Konstruktion bereit. Ich brauche hier auf jeden Fall ein paar mehr Einheiten. So. Alles klar, Freunde. Mach mal hier wieder ein Premierbauwerk. So. Ne, das geht nicht schneller, habe ich das Gefühl. Das bringt gar nichts. Dass man hier eine zweite Waffenfabrik baut. Das bringt leider nichts. Äh. Leider, leider. Schade, ja. Oh, da ist noch eine. Alter. Wie viele Basis, Basen gibt es denn hier? Mensch, Mensch. In der Ecke ist bestimmt auch nur eine. Egal. Einfach erkunden. Erkunden und weiter Panzer bauen. Das ist ein guter Schnitt, ja. Aha. So. Oh, scheiße. So. Deinen Sammler greife ich mal lieber nicht an. Weil er dann wieder mit allem angeschissen kommt, was er hat, ne? So. Da kommt wieder was. Oh ja, einiges. Da kommt einiges. Das. So. Dann kommt da der nächste Belager. Ne. Ey. Ja, der greift immer zum Glück zuerst an, wenn der fertig ist. Das ist schon mal gut. Ja, komm, jetzt ist gut. Buff. Da ist mein Shrike. Da ist mein Shrike. So. Weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Was war das denn? Okay. Jetzt kommt ganz schön viel hier angeschissen, ja. Jetzt kommt ganz schön viel hier. Aber wir haben abgesichert. Sehr schön. Oh, nicht schon wieder ein Sammler. Gut, dann fahr halt da drauf. Komm. Die können zum Glück nicht ausweichen hier. Der Stützpunkt wird angegriffen. Ach, du Kacke. Ja, komm, dann. Oder. Ja. Shit. Oh Gott, diese Maniken hier. Für den Herzog. Einheit bereit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bestätigt. Und drauf da. Geil. Vier auf einmal. Sehr schön. Das so. Oh. Ja, danke. Scheiß Belagerungseinheiten. Verdammt. Was soll das denn? Da hat man einmal nicht aufgepasst. Äh. Ich stelle hier jetzt gleich einen Turm hin. Verdammte Scheiße. Oh, Leute. Äh. Mann. Hat er mir echt Gebäude weggenommen. Hallo? Was? Äh. Okay. Ja, dann fahr mal bitte hier unten. Ja. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So. Dann schieß mal drauf. Nein. Schieß doch von hier. Du kannst nicht da drauf? Doch. Ja, sehr schön. Okay. Lass mal in der Windfall in Ruhe. Mann, oh Mann, oh Mann. So. Weg damit. Alles klar. Dran, Freunde. Geh zwar. Langsam. Zum Ende der Erkundungstour auf. Konstruktion bewahrt. Wo denn jetzt schon wieder? Ja. So. Raumhafen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und der Panzer noch? Ja, gut. Ja, ist okay. Komm. Dann. So. So. Bereit, Commander. Alles klar, Freunde. Gut. Das hier oben sind, glaube ich, die Söldner von dem, ja? Und die roten auch. Weil ich sehe irgendwie... Hm, komisch. Noch vier Minuten. So, dann fahren wir bitte hier hin. Jawohl, Sir. So. Dann. Weiter Panzer bauen. Oh, die shit. Ja, wir brauchen extrem... Oh. Ach, weil hier wieder so ein blöder Sammlerstau ist. Keine Kohle mehr, ja? So. Dann fahren nicht in die Basis rein. Sondern erkunde nur ein bisschen. Nicht reinfahren. So, was haben wir hier? Hier ist nur Wand, okay. Ja, gut, na dann. Ich würde sagen, ich mache erst die Orangen hier platt. Oder die gelben oder was das sein soll. Keine Ahnung. So, da kommen wir in die nächsten Einheiten. So. Ja. Jetzt ist perfekt aufgeteilt. Mit den Sammlern. So, sehr schön. Sehr geil, Freunde. So. Oh, die Mucke. Geil. Ja, ich feiere das Spiel. Das ist einfach so sehr herrlich. Auch wenn es schon ein bisschen alt ist. Aber, Freunde, die alten Strategiespiele, finde ich, sind immer noch die besten. Oder? Sagt mal eure Meinung in die Kommentare. Für den Herzog. Für den Herzog. So. Für den Herzog. Dann. Dann kann ich hier gleich alle direkt rapen, boah. Für den Herzog. Ja. Unser Stützpunkt wird angegelt. Oh. Für den Herzog. Wo denn? Dann nochmal. Ja, ich habe die Taste H gedrückt. Mit der kann man, wie genau wie bei Quarne Conquer, auch direkt in die Basis. Genau. So, was habe ich jetzt als letztes gebaut? Okay. Hallo? Bist du zur Hölle? Heh. So. Rein da. Alles klar. So. Gut. Dann würde ich sagen, kann ich auch gleich mal angreifen gehen. Das erste Mal. Für den Herzog. So. Jawohl, Sir. Ich würde sagen, ich mache zuerst, wie gesagt, die gelben hier platt. Die haben es nicht verdient, weiterzuleben. Oh, Raketentürme. Ernsthaft. Oh, wie unfair. Wie unfair. Wie unfair die Raketentürme. Die habe ich noch nicht. Ist der Wurm schon wieder? Ah, hier. Okay. Na, fress ruhig mal die gegnerischen Einheiten. Das wäre ganz cool von dir. Unser Stück wird gut angegriffen. So. Belagerungseinheit. Und dann würde ich sagen, probiere ich es schon mal. Das erste Mal gleich. Oh, Mann. Ja, dann helf halt. Ah, nee. Reicht schon. Okay. Alles klar. Ja, die Türme machen einen guten Job hier, muss man sagen. Bleibst du da? So. Dann ist das Ganze hier jetzt erstmal Team 1. Direkt mal speichern. Direkt mal speichern und einfach mal hier sammeln. Oh, ruckeln. Ruckeln. Oh, ho, 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 ho. Oh, yeah. Das ist schon... Krass, ja. So. Kann ich ein bisschen Geld sparen für die nächsten Einheiten. So. Genau, jetzt kommt der. Ernsthaft. Ja, gut, dann... Buff, ja. Genau, jetzt kommt der. Genau dann, wenn ich angreifen will, weißt du? Mann, das ist immer so nervig. Buff, weg dann. Oh, ho, ho, vier Raketen. Oha. Ja, sammelt euch erstmal da. Ist egal. Dann sammelt euch erstmal. Nicht irgendwie rausziehen lassen, Freunde. Nicht rausziehen lassen. Oh. Der ist auch fertig. Sehr schön. Gutes Timing immer, ja. Mit den Sammlern. Oh, Gott. Die beiden... Hier, bleibt mal bitte da. Lass die mal alle da ankommen. Die werden nämlich instant gekillt. Zack. Weg damit. Das sind halt nur so Mini-Panzer, ne? Und zack. Und zack. Weg damit, ey. Was ist das denn hier? Für eine Unverschämtheit. Ich werde einfach... Ah, nee. Das bin ich, ach so. Okay. Ja, gut. Wo... Oh. Verdammt nochmal. Der will wieder meine Energie klauen, ey. Mach den weg. Ich baue hier bald echt Türme hin. Mensch. Dann lauft halt da unten hin. Ah, einer schießt jetzt auf die Vanneken. Sehr schön. Danke. Danke. Ja, endlich. Und der Stützpunkt wird angegriffen. Ihre Befehle, Sir. Ja. Wo ist heute jetzt schon wieder meinen Stützpunkt angegriffen? Und ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren hier. Ist alles ein bisschen viel gerade. Aha, das ist ein Wurm. Fress den, komm. Der frisst nie die Gegner, schon kann das sein. Naja, egal. So, dann geht's mal los hier. Dann geht's mal los hier. Den ersten Söldnern an den Kragen, Mensch. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Drauf da. Drauf da. So. Batsch. Wer rein da. So. Direkt Raffinerie weg. Ei. Ah, jetzt kommt er erstmal mit seinen ganzen Eigenheiten. Okay. Ja. Das kann er gerne versuchen. Puff. Wo denn jetzt schon wieder? Mann. Oh, fahr da mal drüber. Das sind sehr viele Raketen-Mäniken. Boah. So. Drauf da. Sehr schön. Kaputt machen. Ah, fuck Raketentürme, ey. Verdammt. Ah. Und zack. Und das ist direkt weg. Sehr schön. Haha. Geil. Die müssten eigentlich bald mal nicht mehr funktionieren, wa? Ah, seht ihr? Jetzt funktionieren die nicht mehr. Das ist halt das, ne? Bei den Raketentürmen. Die funktionieren ohne Energie nicht mehr. So. Batsch. Wo denn? Mann. So. Alles klar. Sehr schön. Dann Bauhof weg. Dann haben wir die hier oben schon erledigt. Wo denn? Verdammt nochmal. Ich seh das doch nicht. So. Zack, zack. Ja, gut. Mach den Bau endlich platt. Was soll denn da zu lange? So. Dann. Zack. Für den Herzog. Hallo. Ihr sollt's platt machen. So. Das war's dann wohl mit den ersten Söldnern, ne? Den Sammler da oben noch? Unser Stückpunkt wird angegriffen. Was zur Hölle? Ach, hier. Okay. Ja. Das passt schon so. Jetzt bringt er den noch irgendwo hin. Ernsthaft? Oder schießt er Flugzeug ab? Geht auch. Ja, toll. Das bringt jetzt relativ wenig, Junge. Wenn du den Sammler einfach mal hierhin transportierst. Der ist nämlich jetzt trotzdem direkt weg. Weg damit. Scheiß seltener hier. Oh, dann fahr einfach drüber. Gut. Alles klar. Dann. Da. Die Söldner wurden ausgelöscht. Alles klar. Perfekt. Dann wäre es nur noch diesen Punkt hier. Ich ordere mal ein paar Einheiten, ja? Oh. Nur eine von jedem. Okay. Dann halt so. So, ich habe noch einiges übrig. Doch, doch. Ja. Noch einiges übrig. So, Trike. Selbstmordkommando. Fahr mal da rein, bitte. So. Fährt er jetzt? Nein, er fährt nicht. Ach, Mann. So. Alles klar, Freunde. Das sieht doch cool aus. Das sieht doch verdammt gut aus. Während die sich da sammeln, fahr ich mal hier rein, ja? Wenn ich darf. So. Ah, nein. Nicht da, wo die Verteidigung ist. Ach, verdammt. Das bringt mir jetzt auch nicht so viel. Ach. Brauche ich noch einen? Dann fahr ich mal hier rein mit. Oh, nee. Die sind schon da. Okay. Nö. Dann. Dann Angriff. Angriff. Einheit bereit. Rein da. Oh. Ja, super. So. Und das war's. Batsch. Jo. Okay, jetzt kommt er mit dem Panzer. Alles klar. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ja. Sehr gut. Sehr gut, Leute. Sehr schön. Alles klar. Batsch. So. Weiter geht's. Oh Gott. Die Menikon. So. Buts. Und Buts. So. Und zack. Die ganzen, äh. Wie wir Artillerien hier wegmachen. So. Buts. Sehr schön. So. Jetzt haben wir den auch hier. Was? Wo kommt der denn her? Hat der neu aufgebaut. Krass. Oh. Was war das denn? Batsch. So. So. Geil. Alles klar. Jetzt alles Schritt für Schritt platt machen. So. Raumhafen. Na, schade. So. Nochmal zwei. Dann baue ich hier nochmal einen manuell. So, Freunde. Radar wegmachen. So. Braucht er nicht mehr. Hehe. Wir raiden die jetzt gerade alles. Ey. Mach gleich den scheiß Bauhof platt. Mach den scheiß Bauhof platt. Das nervt ja übelst. So. Ja. Dann Panzer. Fahr die Männchen platt. So. Weg damit. Mach den scheiß Bauhof weg. Wie viel hält denn der Bauhof aus? Der baut nämlich nach wie vor nach, ne? Ach du Kacke. Ernsthaft? Das reicht nicht. Okay. Krass. Ja, toll. Jetzt baut er sich wieder Aufhalt. Oder? Äh. Ja, toll. Da ist ein Panzer und der macht uns jetzt alle platt. Ja, natürlich. Noch eine Minute. So. Ah, es reicht noch. Sehr schön. Oh, jetzt kommt er mit seinem Männchen. Ach, verdammt. Ja, komm. So, da kommen meine Einheiten. Fahr mal hier auch in die Ecke, bitte. So. Ach, verdammt. Einheit verloren. Bereit, Commander. Wird gebaut. So, Raumhafen. Ja. Oh, er bietet mir einen Kampfpanzer. Lieferung in fünf Minuten. Fünf Minuten, ja. Okay. Ja, jetzt baut er sich wieder auf hier. Scheiße. Das hat nicht gereicht. Ach, Mann. Doof. Doof. Einheit bereit. Noch vier Minuten. Ja, das war der Trike. Okay, aber das war ganz schön weit gekommen, ne? So. Dann bauen wir mal weitere Artillerie. Ach, so, Freunde. Drei Minuten? Alles klar. Cool. Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen höher. Ich speichere das erstmal ab. Spielgespeichert. Und mache jetzt mal hier die Geschwindigkeit einfach mal ganz hoch. Damit das schneller geht mit den Einheiten, Mensch. Es sei denn, ich sehe da unten was auf der Karte sich bewegen. Dann mache ich wieder klein. Ach, klein. Langsam, meine ich. So. Oh, gib mir mehr davon. Oh, toll. Jetzt habe ich keine, keine Panzer mehr zum Bestellen. Das blüht. So. Egal, da muss ich halt so bauen. Mein Anrufsrupp wird wieder größer. Ja, alles klar, Freunde. So, dessen Wurm. Ah, der baut aber auch nicht mehr. Das ist schon mal gut. Ja, es sind jetzt nur ein paar halt, ne? Aber ich brauche halt mehr. Aber der Raumhafte, der gibt nichts her. So, Raketenpanzer. Ach, Mann. Schade, dass der Raumhafte nichts mehr hergibt. Das muss schneller gehen, Freunde. Ja, komm, dann nehme ich halt ein paar kleine Panzer noch mit. Und dann passt das schon. So. Aber nur die Raketenpanzer, die Trikes, die bringen ja gar nichts. Die bringen ja gar nichts, Mensch. So, weiter. Geben mal weiter. Die ganze Kohle ausgeben, so. Sehr schön. Dann brauchen wir hier die Menge Quatsch. So. Alles klar, Freunde. Sehr schön. Raketenpanzer. So. Noch drei Minuten. 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 Genau so. Ich muss ja eigentlich nur... Ich muss ja echt nur alles platt machen, ne? Noch drei Minuten. Ja, das ist kein Problem. Das mache ich sehr gerne. Nachdem die mich so lange angepisst haben, sind die jetzt angepisst. So. Freunde. Für den Herz. Kann ich mal sagen. Ja, toll. Der kommt wieder angeschissen jetzt hier. Was soll das? Dann noch mal. So. Und der kommt noch nicht mal zum Schießen. Ja, okay. Was ist denn? Wie kommen die denn hier rein? Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, speichere ich das mal. Und mach die Spielgeschwindigkeit mal wieder ein bisschen langsamer. So. Noch mal speichern. So. Dann, Freunde. Fahrt mal bitte hier hin. Der ist doch so dreist. Steht vor vier Geschütz-Türmen und schießt auf die Waffenfabrik. Na super. Gut. Ihr sammelt euch mal bitte hier unten. Da. Oder? Nee, das reicht auch hier. Hier könnt ihr euch sammeln. So, Freunde. Ganz klar. Ich mach noch mal einmal ganz kurz einen Break. Also bis gleich.